Hallo! Hallo! Hallo herzlich willkommen wieder mal hier zu einer neuen Spannung! Hier ist eine... Oha hier die Knochenflur! Hier ist ein Campingplatz mit einem Lagerfeuer, Tisch und zwei Leiteln! Oh mein Gott, was bist du verdammte Scheiße! Ich war gerade... Oh... Zombie! Oh... Oh... Zombie! Oh... Zombie! Nico, bist du das? Nein! Ich bin hier auf dem Camping... Äh... Fuck! Ich dachte, das bist du! Haha! Er hat mir ins Gesicht geschossen! Hey, warte mal, den Schuss habe ich aber gehört! Ich bin tot! Flo? Deswegen liegen hier zwei Leichen... Das sind wir! Ich bin zurück aus der Zukunft! Ja, und wo bist du jetzt? Ich bin tot! Ich muss respawnen! Respawn! Hm? Respawn! Mit Sosa! Hm? Mit Sosa! Mit Sosa! Hat Felix in das Spiel schon geholt? Okay, ich bin wieder bei diesem Diner... Diner? Da unten ist... Da unten sind ein paar Häuser hab ich gesehen... Äh... Da ist ein Haus und da steht einer drauf... Aber ich weiß nicht, ob es dasselbe ist... Liegt mal eine Leiche von mir... Da unten ist eine Steinmauer eingerahmt... Äh... Ja... Hier ist auf jeden Fall... Was in einer Steinmauer eingerahmt... Aber... Die Steinmauer ist so... Ja... Ruinenmäßig... Nein, nein... Da fließt noch Strom... Wie sieht deine Umgebung aus... Äh... Bei mir ist es weiß... Ja... Weiß... Grün! Grün! Da ist so ganz Windpool im Garten... Ich bin sicher, dass du das richtige Spiel spielst... Oh mein Gott, ich werde gleich sicher wieder abgeknallt... Ah... Benutz die Leiter... Ja... Benutz die Leiter... Benutz... Benutz die Leiter... Ich weiß nicht, wie ich den Leiter benutze... Äh... F... Drück mal F... Oh... Ah... Liegt diese Gentleman... Ich hab schon gesehen, wenn du rauszoomst... Kannst du dich in der... Äh... Drittansicht äh... Begutachten... Äh... Mach ich gerade... Alter, ich bin jetzt eine alte... Ich spiel eine Frau... Was spielst du? Irgendein Mann mit einer Kappe... Warum... Ich weiß nicht... In Russ bin ich ein Afroamerikaner... Und hier... Ich bin auch ein Afroamerikaner... Und hier... Und hier bin ich... Ich bin eine alte Frau jetzt... Also hier bin... Mal... Mal wieder spinn ich... Ich hab auch... Der Typ, der mir zuerst ins Gesicht geschossen hat... Ich glaub, der hat schon alles gelootet... Wie mach ich mein Event auf? Äh... T... C... U... G... Geh... 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 Gehst du gerade aus dem Tor raus? Ja... Ich spring... Hallo... Hier... Ah... 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 Hinter dir... Flo... 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 Ich schlag dich... Flo... Hier... Ich spring einmal... Siehst du mich jetzt? Hallo... Warte... Warte... Hallo... Bleib stehen... Ah... 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 Hör auf... Ah... Bist du behindert? Warte mal... Irgendwie glaub ich... Du kannst... Siehst du mich? Ja... Ich seh dich... Das Auto geht nicht... Ich war hier schon... Komm... Wir verschwinden hier... Wo ist der Typ... In welche Richtung? Diese? Oh na komm... Den zeig ich an... Den zeig ich an... Schau... Run... Run... Oder kommst du grad von da vorne? Ich komm grad von da vorne... Und das eine Haus... Dann komm... Dann gehen wir in die andere Richtung... Komm... Renn mal hier... Renn mal hier den Berg rauf... Ich hab gute Chancen... Rennen wir durch den... Ja... Wir rennen durch den gruseligen Wald... Ich hab Angst dass mich was frisst... Du kannst auf P drücken... Äh... Was P... Ja du kannst auf P drücken... Dann rennst du automatisch... Das ist urgemütlich... Ja aber ich... Ich schau jetzt nebenbei... Ich schau... Ich schau jetzt kurz aufs Handy... Ja ja... Laufst du... Laufst gleich gegen eine Baum... Dann... Laufst du mal eine Stunde dagegen... Aber es funktioniert... Du musst immer nur mit der Maus... Ein bisschen nach korrigieren... Hey Flo... Flo wo bist du? Hinter dir... Flo... Hinter dir... Jetzt hab ich Flo wieder verloren... Flo... Ja... Hi... Hi... Geht's weiter... Geht's weiter... Geht's weiter... Geht's weiter... Wenn du... Wenn du 2 drückst... Und dann... Links... Klick... Hast du eine Taschenlampe... Aha... War ich nicht... Nein... Nachziehen... Ich hasse das... Ich hasse das ein bisschen mit den Steps... Das ist ein bisschen nachverzögert... Ich denke da immer... Du stehst schon... Aber dann ist noch mal so kurzer... Oh... Warte... 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 Schau mal... Schau mal... Aha... Ich kann die Couch von hier durchsuchen... Du hast ein Halstuch gefunden... Äh... No usable left... Irgendwas... Weiß ich nicht... Was da gestanden ist... Was ist das... Oh... Ravioli... Ravioli... Gib mir die Formeloli... Flo... Sir... Sir... Verschwinden Sie... Hallo... Was machen Sie... Ich glaube da hat wohl ein Huns... Sein Fell verloren... Einfach so... Puff... Ganz Fell auf einmal... Wir gehen diesen... Wir führen diesen Pfad... Warte ich drück wieder... P... P... Wie automatisch es laufen... P... P... Automagra... Da unten ist auch noch mal so ein kleines Hütter... Oh man... Wenn man irgendwas drückt... Ist das P weg... Da könnte ja... Da könnte ja eine Waffe drin liegen... Eine Snapper oder so... Der andere hat eine Snapper... Der andere hat eine Snapper... Der hat nämlich fast getitelt... Nein... Ich... Da liegt eine... Da liegt eine... Waffe... Ren... Warte... Warte... Kann ich auch eine nehmen... Außer... Habe ich Munition... Wo sehe ich ob ich Munition... Kann ich mal schießen damit... Ah... Oh ja... Drück... Drück 1... Ja genau... Wo sehe ich wie viel Munition ich habe... Alter warum hast du eine... Was hast du für... Schaut das bei mir... Schaut das nur bei mir... Bei mir so geil aus oder... Was hast du für eine Waffe... Die schaut bei mir aus... Als hättest du eine M4 alter... Schaut das bei mir aus... Schaut das bei mir auch so aus... Mod 16... Du hast... Weiß ich... Du siehst ein Jagdgewehr... Alter... Was hast du für eine Waffe... Der kriegt da so eine... Du Wichser... Du kriegst so eine... Militärwaffe... Der schaut aus wie eine M4... Daradadadam... Daradadadam... Jetzt wird... Jetzt wird... Jetzt wird... Ich glaube du hast eine A5 gekriegt... Alter... Ich habe sie weggelegt... Wo ist sie? Ja... Drück 1... Ich habe... Ich habe einen Schuss Flo... Einen einzigen... Das ist dein... Das ist dein Gnadenschuss... Alter... Ist das dein Ernst? Ich habe... Ich habe 9... Alter... Wenn du mir auf die Eier gehst... Ich erschieße dich im Schlaf... Pass auf... Pass auf... Da vorne links... Steht ein Mutant... Siehst du ihn? Geh langsam zurück... Geh langsam zurück... Geh langsam zurück... Ah... Flo laufen... Wir gehen nicht zu diesen Häusern... Obwohl da 2 sind... Ah... Aber die Häusern sind cool... Aber du hast noch einen Schuss... Ich weiß nicht wie viele die aushalten... Wenn wir einen gezielten Kopfschuss machen... Ich weiß nicht ob da noch andere angelockt werden... Warte mal... Den könnte man sich holen... Ich kann nicht zielen... Okay... Dann mache ich das... Warte mal... Warte... Wir könnten einfach schauen ob wir drum herum kommen... Ich glaube der ist schlau... Der weiß das... Der ist schlau... Der weiß das... Der... Der ist auch auf TeamSpeak... Der hört das ab... Wie ein... Ein Raum unten... Ah... 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 Mit seinem zweiköpfigen Hund... Ja... Der läuft da unten... Gut... Wir gehen trotzdem... Der schaut ein bisschen aus... Wie... 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 Die Viecher aus... Tag ist einer... Tag ist einer Flo... Lauf... Oh mein Gott... Warum schießen... Dieses... Fucking... Gewehr nicht... Flo... Läufst du grad weg? Ja... Ich lauf grad weg... Lauf da hinter uns her... Ich trau mich nicht umdrehen... Du kannst mit... Alt... Zurückschauen... Ich glaube er laufst uns nicht hinterher... Laufst du hinter mir grad? Ja... Passt... Alter lauf hier... Jetzt wenn ich drüber nachdenke... Hätte ich nachladen sollen... Jetzt lauf ich in den Wald rein... Komm, komm, komm... Das war nur einer... Ich hab... Ich hab nicht nachgeladen gehabt... Ich trottel... Hast du nachgeladen? Nein... Alter ich stehe vor ihm... Tak... Ich kann nicht schießen... Warte mal... Ich bin... Irgendwie... Warte mal... Was heißt dieses... Du musst dich trinken und dann... Ich glaube ich verblute oder was? Das oberste... Das Ausdauer... Das... Kommt aber wieder nach einer Zeit... Glaub ich... Irgendwie verblute ich... Glaub ich... Was? Blut ist wirklich... Scheiße... Warum blutest du? Ja weil ich glaube ich... Angeschossen worden bin vorhin... Und das geht jetzt noch immer... Natürlich... Schau mal aus Nikos... Dein Brutspritz Blut... Ja hast du irgendwas... Was ist mit deinem... Verbandsbäckchen? Ich hab kein Verbandsbäckchen... Scheiße... Ich hab Recks... Ich hab Recks... Kann man als Bandage... Ich haus dir da hinten... Da... Da... Irgendwo... Wo ist... Hint... Nein das sind nicht... Fuck... Ich glaubst du es da hinkriegt... Auf der Treppe... Das ist sicher durchbeugt... Scheiße... Ich will nicht sterben... Bei 21... Flo... Ich will nicht verrecken... Verrech ich nicht auch... Ich bin bei 49... Bin bei 19... Blutig? Warte... Warum bin ich so verletzt... Alter... Alter... Warte mal... Ich guck in diesen scheiß Haus... Du kannst glaub ich... Doffsachen zerreißen... Ich hab jetzt ne Lebenspanik... Oh... Oh man... Ich glaub einfach ruhig... Ich bleib einfach ruhig... Das ist Munition... Ja toll Munition... Ich hab noch 12%... Ich sterb hier gleich... Nein du darfst nicht sterben... Ich leg mich mal... Ich komm... Ich geh mal ganz rauf... Wenn man sterbt... Dann komm ich in dieses Haus wieder her... Ich bin auch... Ich bin auch da drinnen... Oh... Hier ganz oben ist ne Leiche... Ich leg mich dann daneben... Bin ich nicht alleine... Ah... Tatsächlich... Ich kann doch nicht irgendwo... Oh... Ich hab's gleich geschafft oder? Use... Oh... Ich hab Stoffwetzen verwendet... Ich glaub ich hab... Stopfst du dir das jetzt einfach so in dein Loch... So... Boah Flo... Ja oder? Das hab ich jetzt gemacht... Was? Ich hab gerade irgendeinen Joke... Ich höre dich, Ian... Ich werde dich nicht zuhören... Ich werde dich nicht zuhören... Hast du das? Ja... Da rede da nach draußen... Ja... Ich glaube... Es tut uns nicht weh... Es tut uns nicht weh... Oder was? Ich komme zum 3. Floor... Wenn du hier bist... Ich bin fremdlich... Ich bin fremdlich... Ich bin fremdlich... Ich werde mich nicht zuhören... Ich habe eine Schuss auf mich... Aber ich werde mich nicht zuhören... Ich bin gerade immer vor... Das ist... Um... Do you guys have mics? Super... Ja mit dem... Uh... Alright man... Well... I'll head out... Take care guys... Okay... Ja... Ich... Ich... Ich war gerade... Mir geht es jetzt mal besser... Okay... Lass mich mal kurz... Ich muss auf mein Herzinfark klar kommen... Niko ist denn hier? Einer kommt da rein und Niko dreht das Mikrofon auf. Nein, warte jetzt mal. Ohne Scheiße. Ich möchte jetzt kurz wissen, wie ich reden kann, weil jetzt war ich gerade überfordert. Ich habe mir so gedacht, ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass er uns... Oh, ich habe es. Ich habe es. Was? Welches? Welches ist das? Warum? Ja, dann geh runter davon, du drückst. Du bleibst die ganze Zeit drauf. Danke. So, was ist jetzt nochmal die Taste? Ähm, fest steht, fest steht, also dieser Pfeil runter. Rechts? Pfeil runter? Rechts? Links gibt es einen Pfeil runter. Es gibt einen Pfeil rauf und einen Pfeil runter. Wenn du den Pfeil runter drückst... Links geht den Pfeil runter auf meiner Tastatur, oder was? Auf der linken Seite, es gibt STRG, dann einen Pfeil nach oben und einen Pfeil nach unten. Ach so, da sieht bei mir ein A. Ah ok, jetzt passt. Ja, ok. Na super, Alter. Weißt du, wir spielen auf einem deutschen Server und der Typ ist Englisch und mein Englisch ist es für den Arsch. Wo bist du? Deswegen habe ich... Deswegen habe ich die... Oh, noch ein grüner Rucksack. Deswegen habe ich die... Kann ich den Rucksack vorne umhängen? Und wer bist du? Camelboy. Was sagt er? Boah, hast du mich jetzt erschreckt? Super, Alter. Das ist gut, du kannst für mich dolmetschen. Weil ich mal nicht so gut mich verständigen kann. Der bringt mich zu mir, Mario. Ja, ich kann es nur lesen und verstehen, aber mit dem reden, dass das bringt... Da ist ein Mutant drin, da ist ein Mutant drin. Ich gehe da raus. Flo, wo bist du? Da ist ein Scheiß, Mutter. Ich habe ihn nur gehört. Außer du warst, also verarsch mich. Er läuft. Ich habe eine Waffe, der schießt mich selbst, wenn ich hinterher sehe. Die Sonne geht eigentlich auf oder unter? Nein, sie geht unter, oder? Ja, ich weiß nicht. Wo willst du denn hinkommen? Ja. Wir gehen in dieses gruselige Haus ran, komm. Da waren wir doch gerade drinnen, oder? Ja, da waren wir schon drinnen. Da kommen wir, dass wir gerade rauskommen. Da laufen wir in dieses nächste gruselige Haus hier. Ich habe eine Autobatterie. Da sieht schon alles so gleich aus. Da ist eine Toolbox. Ja, White Limit Wolf X. Ah, ah, du kannst nur Gewichte mitnehmen. Oh, okay. Du kannst nur ein gewisses Limit mitnehmen. Oha. Ja, weil das wäre nämlich interessant, weil du kannst die Autos... Ich denke, hey, ich habe eine Mag. Du willst die Mag? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Was? Ich glaube, die Waffe spricht von dir. Irgendwas. Oh, er hat ein Magazin und da gibt's eine gute Trouble. Ah, für deine Waffe, okay. Es hat 15 Rounds in it. I had it for a little while, so I didn't know if you needed it or not. All right. Later, man.